Eine Mutter glaubte, in einem Kindergartenkind ihre verschollene Tochter zu erkennen. Das Mädchen fühlte sich bedrängt. Auf der Wache hat sich die verzweifelte Frau jetzt auf der Toilette eingeschlossen. Mit viel Fingerspitzengefühl nehmen die Kriminalhauptkommissare Klaus Schäfer und Norbert Meinert im Beisein der Oma des Kindes Kontakt zu ihr auf. Frau Pohlmann, hier ist der Norbert Meinert von der Kriminalpolizei. Ich würde Ihnen gerne helfen. Nur Sie müssen uns auch ein bisschen entgegenkommen und dem jetzt mal die Tür aufmachen, weil sonst kommen wir hier, glaube ich, nicht so richtig voran. Ihre Tochter ist verschwunden, das habe ich mitbekommen. Ihre Tochter ist nicht verschwunden, ich weiß, wo sie ist. Sie wissen, wo, dann müssen Sie uns zeigen, wo das ist, dann klären wir das auf. Kommen Sie bitte raus. Komm, Luisa, bitte. Ja, schönen guten Tag. Komm, Luisa, komm zu mir. Ich fand es, das ist ein Einges. Frau Pohlmann, Frau Pohlmann. Sie haben Ihre Tochter gerade gesehen, ja? Ich habe sie auf dem Kindergartenplatz gesehen und ich weiß, dass es Einges ist. Ich weiß, ich habe sie schon ein paar Mal. Sie vermissen Ihre Tochter? Schon länger? Seit drei Jahren ist Einges verschwunden. Aber ich weiß, dass sie lebt und ich weiß, dass sie das war. Okay, wir werden uns sofort der Sache annehmen. Wir müssen noch ein bisschen Recherche üben. Könnten Sie bitte so lange vor unserem Büro Platz nehmen? Wir sind sofort für Sie da, ja? Ja, holen die Kollegen. Für die Ermittlungen in diesem vermissten Fall benötigen die Streifenpolizisten ein Foto des Mädchens, das die Mutter für ihres hält. Vom Kindergarten haben sie sich deshalb eins an die Wache schicken lassen. Um die Hintergründe des Verschwindens zu erfahren, nehmen die Kommissare Kontakt mit dem damals zuständigen Kollegen in Hilden auf. Wir haben recherchiert. Eine Amy Pohlmann ist vor drei Jahren vermisst gemeldet, nicht wieder aufgefunden worden. Hier war die Sachbearbeitende Dienststelle. Kannst du mir über den Fall was erzählen? Ja, das ist die Geschichte von vor drei Jahren. Und da wurde vermutet, dass das bei einem unbeobachteten Augenblick der Eltern aus dem Buggy geklettert ist und zum Wasser gelaufen ist. Und dann, man steht hier weiter, man hat die Jacke und die Schuhe circa einen Kilometer weiter fürs Abwärts gefunden, aber man vermutet, da da ziemliche Wasserbedingungen damit waren, wir hatten damals Hochwasser hier, das überleben unmöglich schien. Und dann wurde sie Amy für tot erklärt. Es ist aber keine Leiche gefunden worden. Das Einzige, was hier noch steht, dass die Frau Pohlmann halt sehr oft schon, also die war auch sehr oft schon bei uns und immer wieder, ja, ich hab meine Tochter erkannt, ich hab meine Tochter erkannt. Okay, ihr habt ihr ein Foto von dem Kind damals gehabt? Ja, natürlich ein Fahndungsfoto, also... Ja, kannst du mir das zuschicken, bitte? Ja, natürlich. Kann ich euch... Kripo Duisburg, gleich auf Sachspakete. Ja, genau. Alles klar. Ich würde sagen, gehen wir langsam auf. Okay, wir telefonieren wieder, wenn wir neue Erkenntnisse haben, ihr werdet auf jeden Fall am Laufenden gehalten. Na ja, gut, ich meine, wenn ihr jetzt schon 20, 30 Mal aufgetaucht ist und immer ihr Kind erkannt hat, dann wird das hier ausgehen wie was weiß ich was. Also, da haben wir jetzt keine große Hoffnung, dass da was dran ist. Also, lass sie... Okay. Stücke kochen? Amy Krieger. Oh, das ist das alte Bild sozusagen, von vor drei Jahren. Wie alt war die da? Zwei. Oder ist jetzt fünf, ne? Okay. Aber das passt ja auch rein, jetzt ein bisschen, ne? Na gut. Gehen wir mal auf. Gucken, was die jetzt erzählt. Ich gehe immer zu den Kollegen, die haben doch da so eine neue Software, wo die das so checken können, dass man einfach... Das Bild altern lassen. Genau, dass man einfach die Person einfach altern lässt und dann schauen wir mal, wie die vielleicht ungefähr aussehen könnte. Kollege, Kollege, kümmert sich, ich bin sofort bei Ihnen, ja? Kommen Sie, kommen Sie bitte, kommen Sie mal rein. Kommen Sie rein. Lass es. Können wir Ihnen, ja? Ja, ruhig in die Mitte, in die Mitte ist am besten. In die Mitte, in die Mitte. Wir sind ja zu zweit, wir wollen ja beide was für die haben. Wir haben jetzt gerade... Darf ich Ihnen was anbieten, wenn Sie Sie einen Kaffee haben, wenn Sie einen Kuchen haben? Kollege, kannst du ein Glas Wasser bringen für die beiden? Wir haben jetzt alle ein bisschen aufgeregt, in dem ganzen Tag. Mensch, das ist ja auch... Die Geschichte, unglaublich. Ja, erzählen Sie doch mal uns, dass wir so ein bisschen im Bilde sind. Was ist denn da genau passiert jetzt? Also heute, ich bin heute halt, wir haben einen Ausdruck gemacht und am Kindergarten vorbeigelaufen und da habe ich sie halt direkt gesehen. Sie hat dann mit anderen Kindern gespielt und ich habe einfach, ich habe sie gesehen und ich wusste, das ist Amy, meine Tochter. Das wussten Sie? Ja, ich... Das spürt doch die Mutter. Sie waren sich ja eigentlich schon öfter sicher, dass Sie Ihre Tochter gesehen haben in der Vergangenheit. Zumindest der Kollegin Hilden erzählt. Ja, das können Sie gerne so sagen, dass ich verrückt bin, aber ich bin nicht verrückt. Das habe ich nicht behauptet. Ich weiß, dass es Amy war und ich will auch gar nicht diskutieren. Ich bin zu meiner Tochter und ich bin mir einfach sicher, dass sie das war. Aber da waren Sie sich ja schon so oft sicher. Deswegen wissen Sie, was mein Zweifel ist? Verstehen Sie das? Ja, natürlich, aber haben Sie Kinder? Ja, ich habe auch Kinder. Ja, und wenn Ihnen so in so einer Situation das passieren würde und Sie würden dieses Kind sehen und Sie würden auch die Ähnlichkeit sehen. Du hast sie ja auch gesehen zur Ähnlichkeit. Ja, ich muss also auch sagen, diesmal fand ich, sah das Kind wirklich Amy ähnlich. Ich meine, ich habe Amy das letzte Mal mit zwei Jahren gesehen. Aber ich weiß nicht, wie sie sich in drei Jahren weiterentwickelt hat, aber es bestand schon eine Ähnlichkeit. Also ich hatte auch ein komisches Gefühl, als ich das Kind gesehen habe, was ich bisher noch nie hatte. Das war vor drei Jahren. Das ist ein bisschen ein Unschort. Aber ich bin mir einfach sicher, dass sie das ist. Ich habe sie gesehen und ich wusste, das ist meine Tochter. Aber wie kommen Sie jetzt gerade nach Dünsburg? Wir haben jetzt einen Ausflug gemacht. Ja, weil meine Tochter kommt so schlecht über die Geschichte mit Amy weg. Und ich versuche, alles möglich zu machen, damit sie halt besser klarkommt. Und dann habe ich gesagt, komm, lass uns einen Ausflug machen. Wieso wir ausgerechnet in Dünsburg gelandet sind, wissen wir jetzt selber nicht. Wir haben ausgerechnet vom Kindergarten. Ja. Das war Zufall. Das war alles so eine fatale Sache. Das finden wir. Und jetzt sitzen wir hier. Ja. Was macht denn der Vater? Der kümmert sich, aber ab und zu mich. Aber wir sind geschieden und das alles auch passiert. Wo wohnt der? Wo wohnt der in Dünsburg oder wo? Ja, auch. Und haben Sie mit dem schon mal jetzt auch Kontakt aufgenommen? Ja, ich habe ihn angerufen. Er müsste eigentlich auch herkommen. Sie haben ihn angerufen, dass er herkommen kann? Ja, natürlich. Ich meine, unsere Tochter würde... Ja, ja, das ist vollkommen versteckt. Ja, wirklich? Das ist vollkommen klar. Die Beamten erfahren, dass das Ehepaar das Verschwinden seiner Tochter unterschiedlich verkraftet hat. Während die Mutter noch immer glaubt, dass ihr Kind lebt, hat der Vater versucht abzuschließen. Schlussendlich kam es zur Trennung. Als Norbert Meinert ihnen das vom Computer errechnete Foto des Mädchens zeigt, geraten die Eltern wieder aneinander. So, das ist jetzt der Kollege gemacht. Das ist so, als wenn jetzt dieses Bild hier, das haben wir als Grundlage genommen. Ja. Und tun so, als wenn wir jetzt drei Jahre drauf rechnen, ja? Ja. Schauen wir mal. Ja, siehst du? Und das beweist... Das ist sie. Ja, sie ist genauso. Das beweist einfach nur, dass du dich wieder in was reinsteigerst. Inzwischen haben die Kriminalisten das angeforderte Foto aus der Kita erhalten. Beim Abgleich der Bilder machen sie eine gravierende Entdeckung, die den Fall voranbringen wird. Ja. Ja. Oder? Es ist doch... Wer ist denn die andere Person da? Kennt ihr die? Ja, die sieht ein bisschen aus wie Claudia. Wer ist Claudia? Das ist meine Stiefschwester. Ihre Stiefschwester. Von der wissen wir noch gar nichts. Die Tochter von meinem Mann, die er mit in die Ehe gebracht hat, die ist nach Duisburg gezogen. Die Claudia heißt wie? Bachmann. Bachmann? Ja. Also dieser Hinweis war schon mal für uns sehr, sehr hilfreich. Wir haben dann natürlich geguckt, weil dieses Kind war als Marie Bachmann angemeldet im Kindergarten. Und wir haben dann natürlich alle staatlichen Organe ausgenutzt und nachgefragt, ob diese Claudia Bachmann überhaupt ein legales Kind hat, irgendwie normal zur Welt gebracht hat. Tut mir einen Gefallen. Ich würde Sie einfach bitten, bleiben Sie jetzt abends draußen sitzen. Wir werden jetzt eine gute Zeit recherchieren und dann kommen wir auf die wieder zurück. Aber wir können noch zu ihr hinfahren. Ja, lassen Sie uns noch Arbeit machen. Es geht ja auch alles der Reihe nach. Bitte setzen Sie sich draußen einmal bitte hin. Sie auch. Sie auch bitte. Ja, vielen Dank. Wir können uns außen stehen. Genau. Willst du dein Kind mitnehmen? Machen Sie die Tür hinter sich zu. Ja, danke. Das ist der Hammer. Dann hat diese Bachmann ein neues Kind im Kindergarten angemeldet. Kannst du drüben mal recherchieren, ob es überhaupt bei der Claudia Bachmann noch eine weitere Person gibt, die überhaupt angemeldet ist? Oder ob sie das Kind illegal angemeldet hat? Die Ermittlungen zeigen, dass die Tatverdächtige das Kind nicht offiziell bei den Behörden angemeldet hat. Die Kripo-Kommissare wollen die Frau umgehend aufsuchen, um das Mädchen aufzugreifen. Zuvor allerdings gilt es zu klären, warum sie die Kleine unbemerkt von den Eltern und der Großmutter aufziehen konnte. So, ich gebe Ihnen erst mal Ihr Handy zurück. Haben Sie irgendwas gefunden? Ich habe noch mal eine Frage. Und zwar die Beziehung zwischen Claudia Bachmann und Ihnen. Wie ist das Verhältnis so? Gar kein Verhältnis. Wir haben überhaupt keinen Kontakt mehr. Wir haben keinen Kontakt. Vor drei Jahren, stimmt, da kann gar nichts mehr von der Claudia. Die ist nach Duisburg gezogen, damals, dass das Kind weg war. Wurde, hat die vorher zusammen mit Ihnen im gleichen Ort gewohnt? Ja, also wir waren in der Nähe zusammen. Wir haben auch und zu was gemacht, aber wirklich eng waren wir nicht. Und wir hatten auch so den Kontakt nicht, weil sie halt nach Duisburg ist und auch schon erwachsen und ihr eigenes Leben. Und dann haben wir eigentlich auch nicht so. Sie können uns jetzt einen ganz großen, wir bleiben hier in der Dienststelle, wir fahren raus und wir kommen auch gleich wieder rein. Aber bleiben Sie bitte hier. Ist das okay? Können wir nicht mitfahren. Nein. Die Beamten lassen sich von Verstärkungspolizisten begleiten, damit die sich sofort um das Mädchen kümmern können. Sie vermuten, dass die Kita die Tatverdächtige informiert hat und diese nun zusammen mit dem Kind die Stadt verlassen will. Beim Eintreffen am Einsatzort erhärtet sich der Verdacht. Die Frau, sie droht. Dabei bringt sie sich und das Kind in große Gefahr. Frau Bachmann, Polizei, Frau Bachmann. Hey, bleibst stehen! Stehen! Schwarzer Herst, ich bin... Oh mein Gott! Komm, steh! Die ist aber crazy! Mein Güte! Hey! Hierbleiben! Komm, bleib! Ich hab nichts Schlimmes getan. Sie haben nichts Schlimmes gemacht. Sie fahren hier wie eine Verrückte durch die Gegend. Ganz ruhig, ganz ruhig. Bleib stehen. Bleib stehen, bleib stehen. Manni, Manni, ist mein Kind, bitte. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir verstehen das nicht. Doch, wir verstehen das nicht. Frau Bachmann, Sie können uns alles erzählen, Frau Bachmann. Das ist egal, was Sie anderen sagen. Manni, ist mein Kind. So dürfen Sie mich nicht wegnehmen. Wie kommen Sie darauf, dass wir Ihnen das Kind wegnehmen wollen? In dem Moment, als die Frau praktisch geflohen ist mit dem Wagen, mit hoher Geschwindigkeit losgeschossen ist, habe ich ehrlich gesagt nicht dran gedacht, dass da auch ein Kind drin gesessen hat. Wir haben versucht, das Kind mit einer Kollegin sozusagen erstmal ein bisschen beschäftigt zu halten, sodass da nicht unnötig noch Spannung und Bilder auftauchen, die für ein Kind sicherlich nicht besonders schön sind. Ich weiß nicht genau, wie ich Ihnen das erklären soll. Und da habe ich Marie einfach mitgenommen. Da haben Sie günstige Gelegenheit. Die Täterin muss damit rechnen, sie hat sich der Kindesentführung schuldig gemacht. Ja, das ist im Wesentlichen das, was ich jetzt hier sehe. Und das ist natürlich schon eine massive Straftat. Da wird sie sicherlich auch eine Freiheitsstrafe bekommen, die dann eventuell aber zur Bewährung ausgesetzt wird. Allein schon vermute ich mal, dass der Richter zu werten wird im Hinblick auf das Kind auch, weil die ja auch eine Beziehung aufgebaut haben. Und je nachdem, wie die Mutter das auch sieht, die richtige Mutter, dass das auch vielleicht parallel ein Stück weit weiterlaufen kann. Sie weiß im Moment nicht, was hier los ist. Sie denkt, ihre Mutter wird eingesperrt oder was. Sie kennt die nicht mehr. Das ist zu lange her. Sie war da gerade zwei Jahre alt. Sie ist hier fünf. Das war Ihre Intuition doch goldrichtig. Endlich war ich... So, na? Fühlst du dich hier wohl im Polizeiauto? Ja. Bist du auch noch nicht gewesen, ne? Bist du auch noch nicht gewesen? Nee. Jetzt kommt gleich noch mal ein Lieber... Aber wo ist meine Mama? Die Mama sitzt bei uns im Polizeiauto. Die müssen wir jetzt erst mal mitnehmen und müssen fragen. Und wenn das dann fertig ist, dann müssen wir mal gucken, was passiert. Ja, also es kommt gleich auch eine Frau noch von einem Jugendamt, heißt das. Die wird mit dir auch noch mal eingehend sprechen, weil es ist ein Sachen passiert in der Vergangenheit, das konntest du nicht wissen, aber da müssen wir jetzt drüber sprechen. Mehr kann ich dir noch nicht dazu sagen, das macht die dann alles, ja? Ansonsten fühlst du dich bestimmt mit der Sarah erstmal ganz wohl im Polizeiauto, ne? Mach dir nicht zu viel Sorgen, es wird alles gut. Ja? Gegen die Täterin wird ein Verfahren wegen Kindesentführung und Urkundenfälschung eingeleitet. Die Eltern und ihre Tochter werden vom Jugendamt betreut. Unterstützt von Therapeuten nähern sie sich behutsam wieder an. Das Mädchen hat die neue Lebenssituation gut verkraftet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017